Musik Beim Top of the Mountain Concert am 3. Mai in Ischgl heizte Superstar Robbie Williams trotz Schneegestöber den 25.000 Besuchern auf der Idalb kräftig ein. Mit seiner aktuellen Swings Both Ways Tour trat er in die großen Fußstapfen von Pink, Alicia Keys, Kylie Minogue und Elton John. Der Vollblut-Entertainer füllte diese Fußstapfen erwartungsgemäß mehr als aus. Auf Tour natürlich nicht fehlen dürfen Ehefrau Ada und Töchterchen Theodora Rose. Es ist wichtig. Es ist wichtig. Es ist wichtig. Es ist wichtig. Ich liebe meine Wife's company. Und Touring ist mostly über waiting und waiting in hotel rooms und being bored und der Monotony. Und wenn du get bored und es monotoner ist, du kannst dich nicht beendet. Und fortunately, ich habe nicht zu sein, weil meine besten Freunde sind mit mir. Und wir gehen sehr gut und sie hältst mich entertan. Und meine Dörter, ich bin ein fersichtlich selbst-absorben, narcissischen Person. Und wenn meine Dörter hier ist, bin ich versorben, zu denken, an jemand anderes zu denken. Ich mache das. Sie oder sie. Ich bin sicher, dass wir sie lieben, Gott will. Wir kennen noch nicht den Sex des Babys. Aber wir werden es in den nächsten Wochen finden. Swings Both Ways ist bereits das zweite Swing-Album in Robys Karriere. Was fasziniert das ehemalige Take-That-Mitglied so an dieser Art von Musik? Es ist etwas, das ich immer hatte, seit ich war ein Kind. Ich bin an meine Grandmas, sat in front of die TV, watching diese Filme in black und white oder in Glorious Technicolor, wo die Leute starten und dann all of a sudden, sie starten singen über nichts, über die Frau. Und für einen Moment, ich liebte das. Ich fand es nicht so bizarre oder silly. Ich dachte, das ganze Ding war glamourisch und diese Leute in diesen Filmen waren Megagods. Und ich denke, es ist einfach ein 5-Jähriger, 6-Jähriger, 7-Jähriger, ich, der immer noch so will, dass ich das sein kann. Und ich kann das sein, dass ich das sein kann. Auf diesem Tour ist es ein Bucket, das Ding. Tick. Ischgl hat sich bereits seit Jahren um Robbie Williams bemüht. Somit kann die Lifestyle-Metropole zum Ausklang der Wintersaison 2013-2014 also auch diesen Superstar von ihrer Wunschliste abhaken. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020